warum sind da jetzt noch hammer gewesen wahrscheinlich für die mitte für die goldene mitte ja es kann sein aber wie hoch ist denn die wahrscheinlichkeit dass du das triffst ja also jetzt mal for real das ist ja äußerst unwahrscheinlich erst mal schön an die plattform geballert was mache ich denn also ich wollte die ganze zeit im unter durch den ansturm ich habe es mit dem hammer tatsächlich durch die mitte geschafft das glaube ich doch selber nicht ich schaff es nicht jetzt bist du jetzt bist du der jenige der am striken ist bisschen nein 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 schade was war denn gerade mit dem schneemann ist weniger das ist meine map ich müsste das spiel ist eigentlich in den zahlen aber du wirst auf eine runde